Und damit ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Modern Skyblock 3 und ich habe so ein bisschen versucht noch was zu machen, nicht viel. Ich habe zum einen die Pressure Air Compressors, die habe ich mal ein bisschen hier separat aufgebaut. Oh, die verlieren schon wieder an Power. Ach, das ist ja blöd. Sind wieder hier so richtig runtergedroppt. Verdammt. Ja, ich war ganz kurz eben nochmal auf Klo und nochmal kurz unten und nochmal kurz was gegessen und zack, bumm, ganze Hitze wieder weg. Die ganze Hitze wieder weg. Ah, shitty, shit, shit, shit. Gut, egal. Ich wollte sowieso ein bisschen was anderes machen noch. Und zwar habe ich ein bisschen was vorbereitet. Und das geht nämlich hier runter. Ja, das könnt ihr getrost ignorieren. Ich hatte einen kleinen Leck, als ich hier angesetzt habe mit der Builders Wand und habe mal eben ganz kurz eine zweite Etage reingezogen. Beziehungsweise eine zweite Stufe. Was ich machen würde, ist ganz gerne, und zwar hier zum Ölturm, beziehungsweise hier zur Ölpumpe, mal richtige Stromlein mal hinzuziehen. Und dafür brauchen wir auf jeden Fall noch ein paar Hardened Flux Ducks, die das da sozusagen hinziehen. Und ja, da sollten wir dann Power hinbekommen. Und mit der Power können wir dann deutlich besser Öl fördern, würde ich doch einfach mal behaupten. Huch, warum ist der jetzt nicht mehr schnell? Hm, das ist ja merkwürdig. Hat er doch sonst immer gemacht. Naja, nichtsdestotrotz, ähm, lasst uns gleich anfangen. Ich muss noch mal ganz kurz gucken, wie die, wie die gebaut wurden. Ähm, ähm. Thermal, warum was dann da? Thermal Dynamics. Brauchen wir erst, glaube ich, die LED, und die können wir dann mit, ähm, mit Inva verbessern, ne? Gut, okay. Das heißt, Glas, ähm, das ist Tin, bla bla bla, LED, da haben wir euch, und Redstone. So, das dürfte auch schon wieder fast das letzte Redstone sein, was wir haben. Macht ja aber nichts. Ich baue mal 36. Klingt irgendwie so nach einem Plan. Und dann brauchen wir noch Inva. Und mit Inva können wir das hier machen. Und da können wir dann 36 Inva draus bauen. Perfekt. So, dann können wir das einmal wegtun. Hier einmal noch mal wegtun. Und dann würde ich sagen, schließen wir das Ganze doch einfach eben getrost mal eben an. Und dann hoffen wir, dass das da hinten jetzt nicht mehr so ganz so, so elendig lange dauert. Äh, nee, so würde ich es nicht bauen. Ich würde ganz gerne, glaube ich, an den Holz, an den Holzteilen langlaufen, zu den einzelnen Sektionen. So. So, jetzt weiß ich, dass das Loch, glaube ich, nämlich genau einen hier raussteht. Das heißt, jetzt bin ich mir natürlich am überlegen, ob ich es so baue. Was natürlich blödsinnig wäre, weil wir hier schon einen haben. Aber ich glaube, ich mache es trotzdem. Ich mache es trotzdem, weil wir es können. Weil wir es können. So. Jetzt eben hoch und das oben verkabeln. Sollte eigentlich ganz gut reichen mit den Kabeln, die wir so haben. Und dann laufen die auch wenigstens flüssig. Hoffe ich zumindest. Und dann haben wir, ähm, eine bessere Source auf, ähm, ja, auf E-Mail. Und kriegen dadurch deutlich besser Öl. Tada. Hier, guckt doch mal. So muss eine Maschine laufen. So sieht eine Ölpumpe aus. Und, äh, dann, ups, schließen wir das hier auch noch vernünftig an. Und dann läuft das hier auch einwandfrei, denke ich mal. Ja, guckt mal. Guckt mal. Hier, wie sich das hier füllt. Liquid, Gasoline, Liquid Lubricant und Diesel. So, so sieht es doch ganz schön anders aus. Und wisst ihr, was wir dann auch machen? Dann würde ich ganz einfach sagen, weil diese Dinger hier einfach deutlich besser laufen als die hier. Weil hier brauchen wir einfach direkt immer, immer, ähm, ja, Kohle. Das ist blöd. Das wird mich jetzt wahrscheinlich noch einmal... Oh, das ist gerade so kurz davor. Aber wenn ich die jetzt abbaue, wird es wahrscheinlich... Mh... Warten wir einmal kurz ab, bis es einmal umgewandelt ist? Oder reiße ich sie gleich ein? Ich bin so ein bisschen, bisschen vernaht, die jetzt nochmal abzureißen. Weil wir haben so viel Diesel jetzt, ähm, dass wir das eigentlich relativ einfach machen können. Und theoretisch könnten wir das hier dann nachher auch nochmal, ähm, umändern. Dass wir hier dann nur noch das Öl nehmen, was wir hier auch rauspumpen können. Das vielleicht direkt in so eine Barrel oder so pumpen. Guckt euch das hier an. Guckt euch es einfach an, wie gut es ist. Oh, jetzt haben wir hier eine ganze Menge Gasoline-Stauner. Ah, da sollten wir doch irgendwie was für finden, wie wir Gasoline, äh, hier rausbekommen. Ja. Das ist noch so ein bisschen, glaube ich, das Problem. Äh, habe ich noch ein Redstone-Signal? Habe ich, habe ich, habe ich. Kann ich mal ganz kurz aufsetzen. Und dann mache ich den hier auch mal auf. Weil eigentlich habe ich schon das, was ich eigentlich haben wollte. So, perfekt. Sehr schön. Ähm, genau. Ah, da muss ich noch mal gucken. Ah, ich bin mir nicht so sicher. Ich bin mir nicht sicher, ob ich die, oh, die sind schon wieder, die werden schon wieder kalt. Aber wisst ihr was? Ich mache es einfach mal. Ich nehme den mal weg. Ich nehme den mal weg. Haben wir jetzt an, an Bar verloren? Na, nicht ganz so viel. Ah, doch, er verliert. Er verliert an Druck. Weil der eine, der sozusagen dagegen arbeiten muss, das nicht so schnell schafft. Also macht nichts. Wir werden ja jetzt noch, bauen wir vier? Wir bauen, glaube ich, vier insgesamt. Und das sollte dann auch deutlich schneller gehen. Ähm, genau. Genau. Auch wie zumindestens. Das sollte es dann doch auch. So, einen brauche ich hiervon. Dafür brauche ich noch mal ein bisschen Cobblestone. Da ist schon wieder weniger geworden. Das war, warum wir alles aufgebaut haben. Aber das kommt ja relativ zügig nach. So, ein Air-Compressor. Und dann bräuchten wir drei Buckets. Okay. Und Leder. Und von den Kabeln. Und dann dürften wir es eigentlich relativ einfach herstellen können. So, erstmal die Eimer. Und, ach, Kabel brauche ich noch. Dafür brauche ich noch Glas. Dann bauen wir noch erstmal die Tubes. Einmal reicht. Aber wir bauen einfach nochmal einen aus Sicherheit. Äh, die hier. Eins, zwei, drei. Und dann haben wir vier Stück. Äh, für den bräuchte ich aber dann nochmal eine Security Cam. Notfalls. Damit, ähm, dann natürlich nichts um die Ohren fliegt. So, das heißt. Eins, zwei, drei. Und eine Tube ist mit dabei. Dann muss ich gleich nochmal. Ja, vielleicht brauchen wir gleich noch ein paar mehr Buckets. Damit ich genügend Öl auf einmal mitnehmen kann. Beziehungsweise Diesel in dem Falle. Und, ja, da könnten wir gleich ausprobieren, ob wir das Gassel nie benutzen können. Das ist natürlich nicht schlecht. Das werde ich gleich definitiv nutzen. So. Buckets brauche ich noch. Genau. So, vier Buckets. Das sollte reichen. Und ich wollte noch ein Security Cam bauen. Dafür brauche ich nochmal Obsidian. Was ich gar nicht mehr habe. Was ich gar nicht mehr habe. Wie viel habe ich hier noch von? Ich habe auch nur noch fünf Stück von. Das ist ja echt wenig. Das ist ja mal richtig wenig. Das sieht ja schon wesentlich besser aus. Wie haben wir jetzt? Dann sind wir 26. Dann nehmen wir acht Stück davon. und setzen die acht einmal hier kurz drumherum. Das ist schon mal sehr gut. Dann brauchen wir noch ein paar Schalter. Ach, alles für die Zukunft, damit wir hier Plastik machen können. Es gab noch den Tipp, dass wir theoretisch auch direkt das Ganze machen können, indem wir diese Türme hier bauen, die ich letztes Mal schon angesprochen habe. Werde ich in der nächsten Folge definitiv machen, habe ich mich heute jetzt nicht darauf vorbereitet. Die hier sind es glaube ich. Die kann man stacken angeblich bis zu vier hoch. Steht auch hier glaube ich in der Beschreibung drin. Und da kann man, wenn man unten nur das normale Öl rein tut, das Zeug da auch gleich, also Liquid Glass auch gleich rausbekommen. Werden wir definitiv testen, ob das so gut funktioniert. Ich denke schon, ich denke schon. Aber wir werden erstmal hier diesen Weg machen. Ja, da sind wir jetzt auf 88 runtergegangen. Ärgerlich, ärgerlich, ärgerlich. So, jetzt werden wir mal probieren, ob wir auch andere Flüssigkeit rein tun können, wie zum Beispiel Gasoline. So, das wäre doch jetzt ziemlich cool, wenn wir das da auch rein tun können. Können wir? Jetzt ist die Frage, arbeitet es mit Gasoline? So, wie habe ich das Ding hier eingeschaltet? Das ist eingeschaltet auf AnySignal. AnySignal. Okay. AnySignal. Es verbraucht es aber nicht. Ah, damn it. Das heißt also, wir können echt bloß Diesel nutzen. Das ist ein bisschen blöd. Aber okay. Da ist auch schon wieder voll. Dann, deswegen haben wir noch drei von den anderen. Nehmen wir einfach die mal. Und werden die mal hier mit reinfüllen. So, und da werden wir dann mal eine Security-Cam reinbauen. Hups. Hup, haben wir noch nichts hier gemacht. Security-Cam. Ach, weil der wahrscheinlich jetzt auf einem anderen Signal steht. Ne. Hey. Der sollte doch eigentlich auch arbeiten. Das verstehe ich noch nicht so ganz. Der verbraucht. Der verbraucht auch. Der verbraucht auch. Ach, weil hier noch Gasoline drin ist. Oh ja, alles klar. Natürlich. Hier muss natürlich auch Diesel rein. Und jetzt sollte das Ding hier deutlich schneller in die Höhe springen. Das Gute ist, wenn wir das hier schon mal aufhitzen. Wir brauchen das ja für die anderen Teile brauchen wir das definitiv auch. Ähm, um das Öl zu schmelzen. Brauchen wir hier auch, glaube ich, Hitze. Ähm, genau. Heat you apply to the raffinerie, the faster it runs. Genau, das heißt also, da brauchen wir eh Hitze für. Und ich dachte mir, wenn wir dann das System hier schon mal haben, dann können wir das hier nachher ersetzen. Und machen da im Prinzip dann die Raffinerie raus. Führen die anderen drei Liquids ab. Die wir nicht brauchen. Und nehmen dann nur noch im Prinzip das Liquid Plastic an der Stelle. So, das geht auch deutlich schneller. Ich hier mal ganz kurz eben von der Temperatur hoch. Mal ganz kurz eben einen Schluck nebenbei trinken. Ah, das ist echt ärgerlich. Hab so eine leichte Erkältung mir eingefangen. Und, ähm, ja. Man hört es vielleicht so ein bisschen an der Stimme. Ziemlich rau. Alles so kratzig hinten im Rachen. Ah, sehr, sehr ekelig. Ähm, kann ich keinem empfehlen, im Sommer zu bekommen. Ist nicht so toll. So, wir kommen relativ schnell wieder an die Marke ran, wo wir vorhin waren. Und ich denke mal, wir werden damit den vier Teilen auch schnell drüber gehen. Und wie gesagt, mit Diesel fahren wir da eigentlich ziemlich gut. Ich würde sagen, ich probiere nochmal, ob ich von den anderen auch nochmal welche, nochmal vielleicht noch ein paar Buckets bekomme. Ja, sollte relativ gut sein. Das ist noch vier mehr Buckets drin. Perfekt. Dann gebe ich bei jedem nochmal einen auf jeden Fall nach. So. Und dem letzten tue ich auch noch einen. Und dann müssen wir unbedingt gleich noch im Schnellen noch ein Security Upgrade bauen. Und dann sollte es auch hier schon die Magie passieren. So, lass uns schnell mal ganz kurz eben das Security Upgrade für den letzten bauen. Dann passt das auch. Ich schätze mal, dass auch jeder, ähm, genau ein Bar produziert von den Dingern. Das könnte ganz gut sein. Das kommt auf jeden Fall fast ganz gut hin. So, hier die vier. Dann brauchen wir vier Lapis. Und dann nochmal so ein anderes Teil. Diese, diese Eins da. Wo war die denn hier? Da können wir auch hier drin finden. Was war das hier nochmal? Das war so ein Ding. Das ist etwas Gold und so eine Dings. Okay. Können wir auch relativ einfach bauen. So, das Teil. Und dann fehlt jetzt im Prinzip noch zwei von denen Schaltern. Von den Schaltern. Okay. Und dann haben wir alles, glaube ich. Das hier gebaut. Die Cam gebaut. Dann hoffen wir, dass es hinten schon umgewandelt ist. Und, ähm, dann sollten wir es eigentlich hinkriegen. Dann, äh, würde ich sagen, in der nächsten Folge ersetzen wir das Ganze durch die Raffinerie. Und dann sollten wir Plastik herkriegen. Dann sollten wir Plastik, ups, da sollte ich da nicht rausnehmen. Dann sollten wir Plastik, glaube ich, hier fehlt der, genau. Und, ah, fast. Wir sind fast dran. Fast sind wir dran. Äh, sollte er fast auf 300 hochspringen. Dann sollte es doch hier gleich zur Sache gehen. Na, die letzten 2%, schaffst du's oder schaffst du's nicht? Und, ja, es wird umgewandelt. Kerosin. Sehr cool. Verliert natürlich immer kurz ein bisschen an Hitze. Baut sich wieder auf. Und, äh, macht das Ganze dann nochmal. Und es wird wahrscheinlich auch ein bisschen an, 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 an Druck verlieren, ja. Ja, man hat's gerade ganz kurz gesehen. Die Nadel ist ein bisschen ausgesprungen. Aber, so könnte man theoretisch das Ganze machen. Wir werden, wie gesagt, nächstes Mal die andere Route wählen. Weil, ich denke mal, die ist etwas produktiver für uns. Und, in diesem Sinne, wenn's euch gefallen hat, lasst trotzdem all dem Daumen da. Und, dann sehen wir uns einfach in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, erst einmal. Ciao, ciao. Ciao.